This is more than a typical kind of thing Felt the Jones in my bones when you were touching me Oh oh, didn't wanna take it slow Ich zeig euch heute ein wunderschönes Sommer-Outfit mit diesem tollen Pailletten-Oberteil von Zara. Ich hab mich sofort in dieses Oberteil verliebt. Es hat einfach die schönsten Farben. Einmal so ein mintgrün, dann so einen tollen Korallton und außerdem noch so einen braun-grünlichen Ton. Dann hat es noch diese richtig coolen Fransen. In der Mitte verlaufen diese Spitzen nach unten zu und unten sind sie eher rund. Ich finde, man kann das Oberteil leger stylen, zum schönen Essen gehen oder aber auch richtig zum Weggehen mit hohen Schuhen. Hier kann man es nochmal etwas näher sehen. Es hat verschiedenste Pailletten. Einmal so runde Pailletten, dann rechteckige und außerdem noch zwischenrein genäht so kleine Perlen. Also richtig schön detailreich. Hinten ist es durchsichtig, so transparent. Ich würde dazu eher einen hautfadenen BH tragen. Ich hatte aber leider nur einen schwarzen da. Muss ich mir nochmal besorgen. Die Hose ist von Mango. Ist eigentlich nur so eine ganz schlichte Jeans in diesem lachsfarbenen Ton. Ich sehe diese Farben im Moment überall. Also man kann so eine Hose bestimmt auch noch woanders finden als bei Mango, falls es die da nicht mehr gibt. Hat super gut zu dem Oberteil gepasst mit dem Korallton oben. Und die Schuhe, die ich dazu trage, sind von Buffalo. Die habe ich schon ganz lange, die Sandalen. Die sind oben so cool verflochten und haben so kleine Steinchen. Also ganz süß. Die Jeansjacke habe ich wieder von Mango. Und zwar ist das so eine ganz coole, eher so Rocker-mäßige Jeansjacke. Ist so crop-mäßig kurz geschnitten. Und vorne kann man die so schräg zumachen, wenn man möchte. Hat so einen blau, hellblau-weißlichen Farbton. Und ich trage die im Moment echt zu allem. Das ist so meine Lieblings-Überziehjacke im Moment. Die Tasche, die habe ich mal aus Korea mitgebracht. Von so einem Zara-ähnlichen Laden. Und zwar ist das so eine ganz klassische, elegante Handtasche. Schwarz mit goldenem Knopf. Und dann außerdem ist auch noch der Träger. Ist auch goldschwarz verflochten. Und man kann das in der Mitte auch hochziehen. Wenn man möchte, dann ist es etwas kürzer. Und ich finde, da passt so das Nötigste rein. Also perfekt zum einfach so weggehen abends. Oder auch tagsüber zum Shoppen gehen oder so. Die Sonnenbrille, die gehört gar nicht mir. Die habe ich geklaut von meinem Freund für den Tag. Und zwar spiegelt die so wieder auf den Gläsern. Und ich fand, die hat dem Outfit noch so ein bisschen Pepp gegeben. Die war damals aus Amerika von einem American Eagle in der Männerabteilung. Ja, ich hoffe, euch hat das Outfit gefallen. Vielleicht inspiriert es euch ja ein bisschen für den Sommer. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss! Tschüss!